Hallo meine Lieben, ja da bin ich zurück und zwar habe ich ja die erste Karte, also bei der ersten Karte habe ich mitgenommen beim Basteln und zwar seien es die Gewinner ATCs fürs Gewinnspiel, sprich ich dachte mir so ein Glückskäferchen, ein Marienkäferchen braucht jeder mal 1000 Dank, weil 1000 Abonnenten, das ganze nennt sich auch 1000 Abo Gewinner, 1 zu 3, weil 3 Gewinner logischerweise und die kommen dann zum Gewinn dazu und wer gewonnen hat, das machen wir jetzt gemeinsam Hallo meine Lieben, ja es ist soweit wir verlosen Ich habe eigentlich noch davor kurz einen Einblick gegeben, wie ich die ATC Karten gebastelt habe oder zusammengesetzt habe und jetzt ist es endlich soweit und der Gewinner wird gezogen Ich habe es so eingerichtet, dass ich, alle Kommentare seien da drinnen, also jeder der was unter dem Gewinnspiel Video kommentiert hat Plus es hat extra Lose gegeben für Leute, die auch bei den neuen Videos kommentiert haben Sprich manche seien maximal viermal glaube ich drinnen Aber ich habe mir einfach gedacht, ich will gern die fleißigen Kommentierer auch irgendwie belohnen Und deshalb haben die extra Lose bekommen, also drei, maximal drei extra Lose Und ich denke, das ist eigentlich ganz gut so Und ja, jetzt schüttel ich mal durch und ziehe den ersten Gewinner Die Preise sind eher ziemlich ähnlich, deshalb hole ich sie jetzt nicht da her und mache das einfach dann ohne Eng in die Briefkuvert Oh, als erster kommt Sarah's Colorful World Herzlichen Glückwunsch, du bekommst einen kleinen Gewinn von mir Bitte nur deine Adresse würde ich brauchen, damit ich dir das zuschicken kann Ah ja, und noch was, es kann jeder nur einmal gewinnen Also falls ich jetzt wirklich nochmal das gleiche ziehe, weil ich weiß, die Sarah kommentiert fleißig bei mir Dann ist das leider ungültig, weil jeder kann natürlich noch einmal gewinnen, ist halt mal so Dann geht es weiter mit AmazingMe Herzlichen Glückwunsch, auch von dir Brauche ich bitte eine Adresse, wo das hin darf Und der letzte Gewinner M.A. Weiß ich nicht, für was die Initiale entstehen Aber bitte melde dich bei mir für eine Adresse Ja, das waren die drei Gewinner Ich hoffe, es freut sich eigentlich über die Kleinigkeit Und bitte eine E-Mail schreiben Die E-Mail-Adresse werde ich eigentlich in der Infobox noch reinschreiben Weil ich glaube, die habe ich fast nirgends verlinkt Außer bei meiner Infobox Und ja, äh, bei meiner Infobox Ja, da kommt die jetzt rein Aber bei meinem Kanal Infos, da müsst ihr auch drinnen stehen Also falls ich das vergessen sollte Aber ich hoffe, ich schaffe es, dass ich daran denke Also herzlichen Glückwunsch Und bis zum nächsten Video Tschüssi 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 Vielen Dank.